heute ein neues video abstart auf meinem kanal saaland tv es geht um ein ehemaliges kraftwerk ich habe schon ein video schon gemacht und so wie es aussieht ist das kraftwerk arbeit geschichte und ich werde mich mal umgucken wie wir jetzt sind mit der abrissarbeit viel spaß mit dem video im hintergrund sieht man noch die kühlturm wegen schweinsteine und die kabine kommen aus aller erstes weg kühlturm und kamin vom kraftwerk und mittels dezember 2017 ist das kraftwerk stillgerät gegen das ganze werk außer betrieb das ist ein panoramablick das ist das eingangstor noch drin hat man aber schon abgundiert da sieht man nur noch die stahlfassade noch ein blick zum eingang der blick sich durch das vollmittel hat auch was ich glaube da hat bestimmt auch mal was gestanden das so aussieht ja beim letzten mal hat das nicht geklappt mit der aufnahme gerade dass es auch unerum frei ist vom kühlturm bisschen näher weggezoomt kann man es besser erkenne da haben sich schon in der kamin halber abgerissen oder fast abgerissen da ist bestimmt die hauptzufahrt zu dem kraftwerk da ist eine roberi markierung ja du siehst das noch besser muss alles abbruchgerissen ja das letzte wahrscheinlich der letzte antik sind von dem video wie schon gesagt haben nämlich kommt nur einiges weg ist das ein wahnsinnsgerät da noch spiegel da ist ja noch eine schranke war ich nicht so oft so aber das ist nicht das erste mal lustig von dem Rand ist doch nichts mehr blick in die Hall von dem Rand hält irgendwie die wissen wir was das klingt so ein irgendein fettes Rohr und Nebetran ah irgendetwas aber was das ist keine Ahnung ah schaffte ihn hat auch was gestanden das ist schon auch was abgerissen noch ein letzter Blick kürzerne schornsteine bevor sie weg sind bald sind die teile zur geschichte so lege ich hoffe das video hat es gefallen das war noch mal den Ding ist all jeweils Kraftwerk und wie schon klar wenn es das video gefallen hat Daumen hoch ab und nicht vergessen und dann fisch mundern gesund und haut rein bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video so leute jetzt ein Kaffee der muss einfach sind bei uns 50 automatisch doch kann man nichts sagen weil ohne Kaffee gibt doch gar nichts das ist sicher das ist sicher